Ja und damit willkommen zurück zu den DLCs von Resident Evil 7. Wir sind mittlerweile bei Jacks 55. Geburtstag angekommen. Jack hat heute Geburtstag, aber Geschenke interessieren ihn nicht. Er will sich so richtig den Bau vollschlagen. Bringen Sie ihm schnell etwas zu essen. Ja, sonst wird er wahrscheinlich sauer. Ja, dann schauen wir doch mal rein, was wir für Jackie so tun können. Ja, doch. Das wird doch eine geile Party. Das wird Margaret sein, Zoe, das ist Mia. Zoe hat doch kurze Haare. Und Lukas. Und hier unsere guten Freunde, die Mordet sind, auch mit dabei. Jawohl, das wird doch wundervoll. Starten wir doch einfach direkt die Party. Abschnitt wählen, okay. Jack ist hungrig und wartet auf sie. Wo soll die Party stattfinden? Oh Gott, okay. Wir kriegen verschiedene Noten. Okay, ja, wir nehmen einfach Gäste aus. Wir haben ja noch nicht. Ich glaube, das wird ein Fun-Mode. Ich glaube nicht, dass das nochmal Story ist. Machen Sie Jack fett. Bringen Sie Jack essen und füttern Sie ihn. Je schneller Sie Ihren Pubs hat machen, desto höher wird Ihr Rang sein. Nice. So wird gespielt. Heute ist Jacks 55. Geburtstag. Zur Feier des Tages hat die Familie ein besonderes Mahl zubereitet. Aber das reichte dem gefressigen alten Jack nicht. Und da kommen Sie ins Spiel. Finden Sie die über das Areal verstreuten Mahlzeiten und bringen Sie sie Jack, um seinen Hunger zu stillen. Regeln. Über das Areal verteilt können Sie verschiedene Arten... Ich versauere hier! ...ver-verschiedene Arten leckere Mahlzeiten finden. Moment, Jack. Wir haben's gleich. Ich muss das kurz noch durchlesen, sonst kann ich dir nichts zu essen bringen. Sammeln Sie die Mahlzeiten ein und bringen Sie sie Jack. Sie können Jack füttern, indem Sie eine Mahlzeit an Jack benutzen. Jedes Mal, wenn Sie Jack füttern, wird sich sein Zufriedenheitsbalken füllen. Füllen Sie den Balken komplett, um den Abschnitt abzuschließen. Okay. Dann wollen wir mal Jacky. Was haben wir hier? Achso, das sind die Regeln. Hier können... Ah, wie geil! Na du? Wie geht's? Wir haben aktuell noch nichts. Ach, das ist ja heiß. Ich hab das Essen in meinem Haus. Dieser Raum ist der Startbereich. Sobald du den Startbereich verlässt, beginn dein Countdown. Vergiss nicht, vor dem Start einige Waffen und Fähigkeiten aus der Inventarbox mitzunehmen. Fertig ausgelöstet ist es an der Zeit, rauszugehen und Mahlzeiten für Daddy zu finden. Du musst deinen Hunger stillen, bevor es zu spät ist. Der wird verdammt ungehobelt, wenn er Hunger hat. Bitte, du bist der Einzige, der den Frieden in unserem Haus wiederherstellen kann. Sorry. Okay. Daddy wird richtig wütend werden. Oh. Wenn du ihn schnell satt machst, gebe ich dir eine Extra-Belohnung. Okay. Apropos Belohnung. Greif Gegner an und besieg sie, um den Countdown eine Weile anzuhalten. Schaltest du Gegner schnell aus, gewinnst du sogar etwas Zeit. Hm? Warum der Countdown anhält, wenn du Gegner besiegst? Nun, äh, einige Dinge sind eben, wie sie sind, okay? Sorry. Und hier? Gewürze muss man einfach lieben, nicht? Man kann damit alles Mögliche verfeinern. Hähnchen, Rind, sogar Eintopf. Aber egal, wie lecker sie sind. Für sich genommen kann man sie nicht essen. Die machen einfach nichts satt. Okay, das heißt, Gewürze, wenn wir finden, dann müssen wir die kombinieren. Ach, wie geil ist denn das? Okay. Steht hier für ein Bild? Ist ja krass. So, warte. Wir haben es gleich. Ich habe es für... Oh, okay. Goldene Brechtkreuzerge. Unendlich Munition. Okay. Auto heilen. Masochist. Verleiht eine Zeitbonus, wenn sie angegriffen werden. Aufballen. What? Was es da einfach alles gibt. Bucht 2. Okay. Ich versauere hier. Ja, check. Okay, ich gehe jetzt gleich. Ich gehe jetzt. Warte, wir nehmen die Flinte mit. Wir nehmen das Messer mit. Wir nehmen... Wir nehmen ein paar Munition mit. Ist klar. Ähm. Ich tausche mal so. Dann kommst du. Dann nehme ich noch ein bisschen Flintenmunition mit. Und ich denke, das reicht erst mal. Wir wollen ja nicht betreiben. Hier noch ein bisschen Erste-Hilfe-Arznei. So. Und ja, jetzt kümmere ich mich um dich, Jack. Wollen wir mal, kann ich ihn... Nö, okay. War mir klar. Los geht's. Start, okay. Wo ist Essen? Wir müssen Essen finden. Oh, hallo. Okay, hier haben wir... Bisschen Wein. Hier. Hähnchen. Billig Wein. Das können wir aber nicht nehmen. Ah, das sind... Oh mein Gott, okay. Okay, lauf, lauf, lauf. Das haben wir gleich. Wir spielen Mia. Das ist ja ein Gerlermoders. Ich glaube, es ist ein Check. Hier. Billig Wein. Nicht gerade lecker, aber auch nicht so schlecht. Das ist mir schmecken. So, hier. Gehe ich gleich wieder. Oder was richtig Gutes. Ich bin schon unterwegs. Das ist ein richtiger Spaßmodus. So. Okay, kombinieren. Mit dem Gewürz. Okay. Mh, lecker. Ich frage mich, wie weit wir hier gehen können. Ob wir auch unten in den Keller rein können. Ich habe hier ja schon fast zu weit. Hier. Uh, das gibt richtig was. Hier, mal gehen. Lachen wir hinten. Ja. Haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwas zu essen? Mal gucken. Gewürze. Okay. Und Freunde. Was ist hier drin? Vielleicht noch was? Nein. Gewürze alleine mager ja nicht. Gucken wir lieber nochmal. Ganz ehrlich, ich glaube. Shit. Ja, ich bin schon dabei. Ich muss mal ein paar Sachen weglegen, dass wir mir nicht tragen können. Okay, wir müssen auf den Dach bauten. Ich habe noch vier Schuss. Okay, war vielleicht gar nicht so gut, die. Das ist hohe wegzudäumen. Ich gehe wieder ab nach unten. Ich glaube, wir schaffen 14 Sekunden nicht. PS-Rang? Nee, das wird zu knapp. Keineswegs. So, ich fiel rein. Jetzt muss ich halt schon tauschen. Ich flinte mich mal an. Außer, ich muss jetzt mal eine Pistole mitnehmen. Was machst du denn? Achso, die sitzt unten. Was an der Sauerei. Schnell. Okay, lauf. Okay. Also, ich glaube, man muss die richtige Kombination aus Monster töten und wissen, wo halt die guten Mahlzeiten versteckt sind. Nutzen. Dann sollte das klappen. Schade, dass wir die 14 Sekunden nicht mehr können kriegen. Aber A sollten wir doch wohl schaffen. Ich habe schon checkt. Hier. Lass dir schmecken. Oh, was? Es reicht noch nicht. Oder? Es reicht noch nicht. Oh Gott, du verfressener. Oh, oh no. Oh, doppelte. Okay, das ist gut zu wissen. Die sich die Grünchen da oben killen. Kriegen wir das doppelte, was wir auf dem Timer stehen haben, zugeschrieben. Hier, komm, komm, komm. Hier ist keine Treppentür. Ich verstehe. Okay. Wer will das noch mitnehmen? Bitte sag ich ja. Brauchen wir eigentlich aber auch nicht. War jetzt eigentlich verschwendet. Egal. Bitte zu. Also da hinten rein zu gehen, ist schon mal super. Und dann im Kamin das andere zu holen. Ich glaube, das kann man so ganz gut schaffen. So. Gut gemacht. Er ist voll. Wir haben Schecks Geburtstag gerettet. Okay, wir haben kriegen einen Zeitbonus. Belohnung mit Rang C. Verteidigung 1, Feuerkraft 1. Okay. Verlust Suus Gelände 1 und Hellseherei wurden freigeschaltet. Alpha 1. Zeitbonus. Okay. Gut. Ich würde da gerne S schaffen. Wir probieren es mal nochmal. Die Gewürze hinten im Seitengang. Und wenn wir die Gewürze haben, dann hinten, umstuldigung, in den... ...in den Kellerbereich quasi, wo man runtergehen würde. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. So, jetzt warten wir mal. Die Flinte können wir nutzen. Flint Munition. Wobei die Flinte halt schon echt viel wegzieht. Aber es ist okay. Hält sie ja rein. Lass sie sehen, wo sich Objekte befinden. Feuerkraft. Verbessert die Angriffskraft. Erhöht ihren Zeitbonus, wenn sie am Treffer landen. Oh, das nehmen wir mit. Was dauert das so lange. Man kann es aber wissen. Verbessert ihr die Angriffskraft. Ich glaube, wir brauchen eh nur einen Hit, ne? Deswegen kann ich mir das eigentlich sparen, denke ich. Verbesserte Pistolen Munition hätten wir hier auch. Uh. Warte mal. Versauere hier. Ne, das passt schon. Also, check. Ich mach mich jetzt auf, hier ein gutes Essen zu holen. Let's go. Okay. Los, 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 los. Deine Zeitbonus hier. Geben wir hier rein. Lichter erledigen. Licht erledigen. Licht erledigen. Und den... So, das Essen. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Hier ist sehr gut. Wir müssen noch Platz haben. Kann ich hier vielleicht noch was mitnehmen? So. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir werden sehen. Oh, scheiße. Ich muss da vorbei. Lass mich durch. Shit. Wir verlieren Zeit. Komm jetzt rein hier. Jo. Dankeschön. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist machbar. Okay. Wir kombinieren. Das hier. Komm schon. Okay, dann gehen wir in den Wein. Dann muss ich mir eine Waffe holen. Shit. Pistole. Okay, los, 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 los. Wir müssen die Gewürze holen, damit das noch besser wird. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Lass mich durch. Ich hab schon was hier. Warte. Lecker Essen für dich. Kombinieren. Ich glaub, ich hab ihm was gegeben, das nicht kombiniert war. Oh nein. Oh nein. Wir hätten's vielleicht schon geschafft. Okay, ab nach oben. Ich glaub nicht, dass wir's nicht schaffen können. Sieben Sekunden. Meine Kugel ist halt ein Kill dann. Oh, es wird richtig knapp, wenn wir's jetzt noch schaffen würden, irgendwie. Sollen wir mal der Wein? Ne, der wird nicht reichen. Shit. Ich hätt's ihm nicht, äh, einfach so geben dürfen. Hätt's nutzen müssen. Okay. Was weißt du jetzt schon, oder was? Ich bin noch nicht wieder zurück. Geh schnell. Rein damit. Ja, das reicht nicht. Ah, ist ein Witz. Okay, können wir neu starten? Neustart. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Okay. Ich darf halt nicht an die Munitionskiste gehen müssen. Das bedeutet, wir nehmen auf jeden Fall die Pistole mit. Wir nehmen die gute Munition mit, dann haben wir schon mal 20 Schuss mit der Pistole. Dann, nehmen wir noch, das Messer nehmen wir nicht mit, oder? Also den Zeitbonus auf jeden Fall. Die Feuerkraft. Nehmen wir uns noch eine Sache, nehme ich mir noch mit. Nochmal 30 Schuss vielleicht. Für alle Fälle und den Rest für Essen. Wir können vier große Mahlzeiten mitnehmen. Okay. Ich gehe, wie gehe ich denn? Ich gehe erst in den kleinen Raum, wo wir aufgewacht sind mit Glancy. Und danach gehe ich hinten an die Zeppel. Los geht's. Das allererst ist du. Das werden wir nicht treffen. Das ist schon mal ganz gut. So, komm schon. Und weg. Ah shit, na egal. Pasch schon, pasch schon, pasch schon. Alles unter Kontrolle. Nein! Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich muss es erst kombinieren. Ich kann ja im Inventar nicht mehr kombinieren, wenn ich schon drin bin. Ich Esel. Ich stresse mich ja schon bald mehr als das Spiel selber. So, einmal nachladen. Gute Munition ist drin. Die Inzeitbonus nehmen wir mit. Genau. Die Flinte nehme ich nicht mit, weil wir dann mehr Essen tragen können. Deswegen nehme ich dann nochmal extra Munition mit. Und ich erhöhe mal noch meine Feuerkraft ein bisschen. So. Tue ich nicht. Jetzt kann ich gleich das Gewürz nicht mitnehmen. Okay, let's go. Jetzt aber. Vielleicht lasse ich den Wein einfach stehen. Oh shit. Ich habe die gute Munition drin. Ich muss ihn eigentlich sofort töten. Okay. Lauf, 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 lauf. Rein hier. Ich bin hängen geblieben. Nein. Ich bin zuerst in den Wein. Mehrzeit kombinieren wir das hier. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Weiter. Los, los, los. Jetzt gehen wir hinten rein. Bonus hat das gute Essen. Und die Bonuszeit. Was ein verrückter Modus das ist. So, okay. Wir können uns im Vorratsschrank noch den Wein mitnehmen, wenn er reinpasst. Komm schon. Hier. Den geben wir ihm auch noch. Los, 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 los. Jetzt schnell. Okay. Bringt den Wein. Ich laufe. Ich hole das Gewürz. Wir schaffen es. Wir werden es hinkriegen. Gewürze. Wir kriegen die Bonuszeit. So. Komm schon. Jetzt legst du nochmal den Wein. Ich kombiniere dabei mal ganz kurz die Gewürze mit dem Essen. So. Kombinieren. So. Hier. Nimm das gute Essen. Rein damit. So. Haben wir es? Nein. Okay. Wir laufen nochmal. Schnell, schnell, schnell. Bringt den Haufen Bonuszeit hier oben. Das schaffen wir. Wir müssen ihm nur irgendwas noch geben. Der Wein, der reicht. Wir haben es. Komm schon. 30 Sekunden. Los, 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 los. Die Musik erinnert mich irgendwie an Mario. An Super Mario oder so. Er ist viel zu happy für so ein Spiel. Komm schon. Check. Gleich haben wir es. Hier. Klasse Schmerzen. Ehrens? Ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. War fast nicht stressig. Wir haben es geschafft. Guck mal. Er hat aufbeult. Haben wir freigeschaltet? Okay. Boah ey. Mach ich fertig. Wie viele gibt es denn überhaupt? Versuchsgelände. Habt ihr das 1? Gästehaus 2? Oh, da verändert sich die Map dann oder was? Versuchsgelände 2. Oh Gott. Okay, dann probieren wir mal das Versuchsgelände. Mal reingucken. Beim ersten Mal müssen wir eh erstmal lernen, wo wir hinlaufen müssen. Oh Gott. Okay, Jack sitzt hier. Welcome to Paradise. Ja, ja. Huch, da ist gar ein bisschen gehangen. Was haben wir denn jetzt hier? Wenn du deinen Job gut machst, belohne ich dich mit Fähigkeiten. Fähigkeiten sind, wie soll ich das erklären? Tja, das sind Dinge, die eine Wirkung haben, wenn du sie trägst. Wenn du viele Fähigkeiten bei dir trägst, wirst du total mächtig. Aber Vorsicht, einige Fähigkeiten haben negative Wirkungen. Also je mehr Fähigkeiten du bei dir trägst, desto weniger Mahlzeiten kannst du aufnehmen. Denkst du, diese Fähigkeiten hören sich wie etwas aus einem Videospiel an? Verrückt, was? Sorry. Das ist so gut. Okay. Äh, was haben wir denn hier? Raufbold. Okay, wir können besser im Nahkampf kämpfen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Nein, wir nehmen nur das Messer mit. Und vielleicht noch reserveweise die Pistole mit. Wir haben keine verbesserte Munition dabei, ne? Oh, lo. Wie ist denn mit der Kreißsäge? Bei meinem B im Gästehaus 2. Oh, ich will das Zeug, ne? Ich will es. So. Ich mach jetzt einfach mal diesen. In der Hoffnung. Oh, wo lauf ich denn lang? In der Hoffnung, dass es irgendwie passt. Mal schauen, wie viele Nahkampfkraft sie wirklich haben. Auf geht's! Ob sich das überhaupt lohnt. Oh ja. Okay, wir haben scheinbar einiges in Kraft. Da hinten ist ne Tür. Wieso ist die geschlossen? Was ist das? Okay, wir brauchen auf jeden Fall keine Dachen mehr mitnehmen. Okay, irgendein blauer Schleim. Keine Ahnung. Hier hinten ist irgendwie gar nichts. Okay, doch hier. Ich kombiniere mal. Kombinieren mit dem. Und kombinieren mit dem. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Platz. Wir müssen ihn töten. Und dann kommen wir wahrscheinlich durch diese Tür hier. Ja. Oh mein Gott. Ein Eintopf. Okay, der ist anscheinend richtig gut. Den können wir kombinieren mit einem Gewürz. Und Käse. Können wir auch noch mit irgendwas kombinieren. Hier oben ist eine Pistole. Ich glaube, wir sollten echt mal wieder zurück zu checken. Lower Blaster. Oh mein Gott, was? Hey? Ah, den haben wir jetzt ne Zeit lang. Ich kann mich nicht heilen. Oh, das ist scheiße jetzt. Hier. Wir kriegen einen Haufen Bonuszeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Der ist da oben. Dieser super Eintopf. Ich glaube, der wird richtig was bringen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin rein da jetzt. Das Essen in meinem Bauch. Ich bin dabei. Hier, lass dir den schmecken. Wie bringt der? 270, ne? Halt dich. Komm schon, komm schon, komm schon. Saui, schneller. Oder Mia. Hier rein da mit. Das ist da rein. Nichts kombinieren, aktuell. Okay, also weiter. Ich hier nach oben. Boah, das ist echt hardcore. Neun Sekunden muss man das schaffen. Wie denn bitte das? Hier ist auch ein Partygast. Das ist auch eine gelbe Tür. Aber wie? Wie soll man das denn schaffen? Kombinieren. Mit Gewürzen. Neun Sekunden schaffen wir eh nicht mehr. Vielleicht schaffen wir noch A. Aber. Komm. Los, 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 los. Die blaue Tür ist jetzt halt auch offen. So, hier. Lass sie schmecken. Rein damit. Diese großen Eintöpfe, die Ballern richtig. Die sind gut. Los, 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 los. Oder sind sie gerade Bonuspunkte gespawnt? Also Bonuszeit. Schauen, ob sich das überhaupt lohnen würde. Diese vier Sekunden, die man braucht, um zu killen. Lass mich gleich zurück, ne? Nein. Verleg. Was muss ich haben? Und wieder zurück. Zehn Sekunden. Das wird halt immer noch nicht reichen. Boah, gerade schon ein bisschen angespannt, ne? Ist schon echt ein bisschen stressig. Gute Check hier. Krass. Okay, hau ich erstmal rein hier. Mehr, mehr. Das ist großartig. Mehr davon. Ich schmeiß das Polonieren. Vielleicht reicht's ja einzeln. Mehr, mehr. Vielleicht reicht's ja irgendwie. Mehr, mehr. So ganz wenig mehr. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Nein. Was ist das für ein Mist? Okay, der Chaos hat ihm nicht geschmeckt. Mm, 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 mm. Okay, es ist also nicht Jacks Lampspeise. Wo ist denn der Gelbe? Den wir erledigen müssen. Boah, das ist sehr übel hier. Wie soll man das denn schaffen? Mit Maschinenpistolen. Wie soll man das denn tun? Okay. Bei so einer Zeit. Okay, weiter, weiter. Jetzt können wir durch den Raum. Was ist das? Was ist das denn da? Oh ja. Alles mitnehmen. Komm schon. Schneller. Wir müssen doch noch eine Kleinigkeit essen. Die A schaffen wir auf jeden Fall. Aber es ist schon übel. Ähm, geschafft, oder? Das ist auch, sag ich mir. Ja, nochmal. Oh, ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Was ein Modus. Der Wahnsinn. Wir waren einfach fast zwei Minuten zu langsam. Wucht 1, okay. Schnelles Nachladen und Haupttaus 1. Zeitbonus Beta 1. Bis in der Zeitbonus. Okay, warte, wir probieren es nochmal. Mal kurz schauen, was dieser neue Zeitbonus bringt. Vielleicht schaffen wir es ja damit. Jetzt kennen wir uns ja auch ein bisschen besser aus hier. Ich meine, der ist nicht schlecht, der Modus. Der hat schon was. Also wir nehmen auf jeden Fall wieder andererseits, wenn wir das Messer nicht mitnehmen, sondern die Pistole. Und einfach gut Munition. Da löst es halt auch viele unserer Probleme. So, warte. Beta 1. Ah, okay, warte. Wir müssen auf jeden Fall Zeitbonus, müssen wir beide mitnehmen. Das ist schon mal klar. Wucht. Was macht das? Erleichtert es, eine Gegner zurückzuwerfen. Schafft das Essen in meinem Bauch. Okay. Ja, ich denke, das ist okay so. Ich laufe zuerst wieder unten rum. Sammle mal alles ein. Und dann, dann können wir das hin. Auf geht's! So, hier können wir noch nicht rein. Alles gut. Erst mal oben gucken. Ich glaube, den Käse können wir nur mit dem großen Eintopf kombinieren. Müssen wir das gleich mal machen. Komm schon. Kombinieren wir mal. Den Eintopf mit dem Käse. Das hier mit dem Bier. Und das hier mit dem Bier. Und dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Weiter, weiter, weiter. Hier den Superblaster. Da hinten liegt auch noch Essen. Huh. Okay. So ist das ganz gut machbar, glaube ich. Warte, das Händchen können wir kombinieren. Hier mit. Elf Sekunden. Ja, doch. Das läuft ganz gut. Los, los, los. Aber ich kann es nicht mit ihm als gutem Notfall kommen. Dann kommen wir noch ganz kurz hoch. Dann wisst ihr, dass wir noch was haben. Los, los, los. Nee. Jack, ich habe gut Essen dabei. Hier. Das hier schmeckt ein Galler-Eintopf. Oh ja, der bringt richtig was hier. Rein damit. Rein damit. So, wieder zurück. Dann holen wir hier oben noch kurz das Bier. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Und jetzt dann noch kurz in die andere Richtung. Trifft sich das ganz gut. Nein, nein, warte. Kombinieren. Unbedingt immer erst kombinieren. So, weiter geht's. Okay, wir könnten es schaffen, wenn wir uns jetzt ranhalten. Aber jetzt muss echt was sitzen hier. So, guter Eintopf. Moment, der Großen hier, das Dickerchen. Höflich, ich habe noch genug Munition. Wobei, wir kriegen jetzt eh die andere Knarre. Alles gut. Oh mein Gott. Alles gut. Lade nach. Ganz ein Haufen Zeit, kriegen wir dazu. Kombinieren. Hier. Kombinieren. Hier. Nur mitnehmen. Können wir den Käse kombinieren, hier mit. Und jetzt sollten wir es haben. Und es sollte reichen. Jetzt aber schnell. Jetzt aber richtig schnell. Lauf. Ja, check. Ich komme schon, ich komme schon. Halt durch. 30 Sekunden. Wir schaffen den S-Rang. Wirk Dings hin. Das schaffen wir. Hier, hau ein. Schnell. Das nächste. Hier, das hier. Und das hier noch. Jawohl. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr S-Kann. S. War fast nicht anstrengend. Masochist freigeschaltet. Was, es gibt SS? Nein. Nein. Was? Wie wirst du das schaffen? Man startet doch bei 15, beziehungsweise bei 10 Minuten. In 10 Sekunden. Okay, das dauert dann wahrscheinlich noch, bis wir das machen könnten. Alles klar. Okay, wir hören mal das Haupthaus. Ich glaube, es hat es. Ich bin mal gespannt, ob das... Oh Gott, wo sind wir denn? Oh, lol. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Jeder mag Torte. Sie ist so köstlich. Sie schmeckt schon für sich genommen gut, aber wird noch lecker, wenn man etwas Süßes hinzutut. Oh hey, hast du schon mal eine Torte explodieren sehen? Ist total lustig. Wie auch immer. Torte ist, wie du... Meine Sächer zustimmst, wirklich eine der besten Mahlzeiten des Lebens. Ich mag sie so gern. Ich glaube, ich werde sie heiraten. Ich habe gerade gesehen, wie Mama Essen kocht. Und wie es sich herausstellt, ist ihre Geheimzutat Müll. Ich bin echt schockiert. Ich kann es nicht fassen. Ich werde eine Weile brauchen, das zu verdauen. Mein Lieblingsessen gekocht aus Müll. Bäh. Okay. So, was haben wir denn jetzt? Was auch hier ist. Verleidete Zeitbus, wenn sie angegriffen werden. Geh damit. Wir brauchen auf jeden Fall Zeitbonus Alpha und Beta wieder. Und jetzt können wir hier dann auch die goldene Brechstange, unsere Sachen freischalten. Rang A im Haupthaus 1, da sind wir gerade. Goldene Brechstange. Jetzt freue ich mich ja dann schon. Pistole. Pistole. Pistole Munition. Wir haben Brennerkraftstoff, aber kein Brenner. Was soll denn das? Was ist denn da von Essen? Kommt da noch ein... Da kommt nicht mal ein Brenner. What? Oh Gott. Okay. Ich habe Polger, das dauert das so lange. Let's go. Auf geht's. Wo muss ich hin? Nach oben. Oh Gott. Na ja, check. Ich bin unterwegs. Warte. Was ist denn das hier? Was? Okay, die überzweigen jetzt schon ein bisschen in der Schwierigkeit. Okay, ich nehme vielleicht an die Schwierigkeit mit nächstes Mal. Ich habe keine Munition mehr. What? Ja, kann ich neu starten. Bitte was? Okay. Wir nehmen wieder mit den Masochist. Dann nehmen wir mit den Zeitbonus und den... Nein, nicht den. Den Zeitbonus. Und wir nehmen mit, äh, nicht die Blinde, vielleicht nicht. Hier, Pistole. Pistole, Munition. Ich glaube, bin ich schon ready. Let's go. Da hinten ist eine grüne Tür. Vielleicht kommen wir hier einfach durch. Jo. Okay, mal gucken. Vielleicht haben wir es hier einfach leichter. Hm. 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 Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Wo kommen wir denn überhaupt durch? Erste Hilfe hat's. Nein. Hä? Jede Tür hat so einen Spaß vor sich. Gliedertürchen. Vielleicht in der Garage. Nein. Die ist mit Orange gesichert. Alles klar. Wir haben noch nicht eine essbare Sache gefunden. Hier hat's zu viel. Was ist hier in der Schublade? Kraut. Was ist denn mit einem Kraut? Das isst der niemals. Der ist doch keine Kräuter. Ich kenne meinen Schlektor. Okay. Lauf. Und wir auch nicht rein. Unglaublich. What? Oh. Da draußen. Okay. Da könnten wir die doppelte Zeit kriegen. Wir kommen jetzt auch nicht mehr durch. Okay. Das ist ja mal übel. Welche Farbe hat er da nochmal? Der fette? Der jetzt hier irgendwo rumläuft. Der weg ist. Okay. Boah. Also einmal versuchen wir noch. Ist ein cooler Modus. Macht schon Spaß. Aber. Ist schon echt stressig. Nehmen wir die Flinte mit. Wobei wir haben halt doch. Wir haben 30 Flintenmunition. Guck an. Let's go. Machen wir den hier. Dann. Zeitbonus. Zeitbonus. Den Massachist lassen wir jetzt einfach mal. Wir werden wahrscheinlich nicht angegriffen. Los geht's. Legt das hin. Armenier. Der Schloss ist offen. Also der Weg ist hier lang. Dann müssen wir dieses Vieh hier erledigen. Kein Weg hat mehr rum. Das war's. Das grüne Schloss ist offen. Wo auch immer das war. Da hinten. Okay. Wein. Erste Hilfearznei. Was haben wir hier? Munition. Ah fuck. Hätte ich gleich mitnehmen müssen. Das nimmt mir jetzt mal den Platz weg halt. Okay. Was ist hier draußen nicht die Tür gewissen? Komm schon. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Ich brauche die doppelte Zeit jetzt. Hey you. So 60 Sekunden haben wir jetzt Zeit. Ab nach unten. Wo finden wir denn das andere Monster? Die grüne Tür ist ein Sperrt. Hier hinten ist das. Oder? Ne ist das blau? Wo finden wir denn das Monster das zu dieser Tür gehört? Beziehungsweise wie viel Freiraum haben wir denn bitte? Ist ja übel. So hier durch. Da hinten ist jetzt ein Sperrt. Das ist schon mal gut. Ich bin hier rein. Ja hau rein. Hau mir auf. Was kommt denn hier? Zucker. Zucker ist gut für Kuchen. Da ist ein Kuchen. Oh mein Gott. Zucker. Kuchen kombiniert mit Zucker. Und hier rein. Was haben wir hier? Einen Topf. Das haben wir gleich. Warte wir kombinieren was. Scheiße. Weg damit. Ja. Scheiße man. Das kann man nicht wegwerfen. Was werfe ich dann weg? Ist es Margret gewesen? Wo ist denn Margret jetzt? Oh mein Gott. Alter. Ist auch Margret. Alter. Ja alles gut. Wir geben ihm jetzt erstmal den Kuchen. Der müsste einen guten Buß geben hoffentlich. Die lila Tür ist offen. Hier das zu schmecken. 400. Lauf. 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 Wir gehen langsam out of ammo. Die grüne Tür ist offen. Okay. Torte. Sehr gut. Dann Munition. Da sag ich nicht nein. Und unterwegs check. Das wird dir schmecken. Glaubst mir. Erstmal die Torte kombinieren. Ein bisschen Zucker. Nicht mit Käse. Ich glaub das wird ihm nicht so schmecken. Kombinieren mit Gewurz. So. Und wieder nach oben. So muss das. Komm schon. Wir halten uns jetzt rein. Der kriegen wir jetzt hin. Die blaue Tür haben wir noch nicht offen. Dann hat er einfach noch einen kleinen Weg gefunden. Diese Minute die wir am Anfang gut geschrieben haben. Die ist halt echt worth it gewesen. Kombinieren. Shit wir haben nichts mehr. Kombinieren es hier. Schießpäufer brauchen wir nicht. Hier warte. Kombinieren. Kombinieren. Okay egal. Wir gehen weiter. Wo ist denn die blaue? Wo finden wir denn blaue? Damit wir durch blaue Tür kommen. Wir haben jetzt den. Äh. 200. 200. Nee. Da würde ich 400 geben. Wenn wir mit Zucker kombinieren. War vielleicht nicht das Glückste jetzt. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Ab in den Keller. Eine rote Pistole. Oh ich bin schnell. Oh ich bin schnell. Okay das ist krass. Hier hinten war da noch was. Der Eintopf. Das ist es. Wir haben es. Das ist nur noch zu. Jack ich komme. Ich habe dein Essen. Komm schon Jack. Halt sie durch. Hier ist es. Der finale Happen. Kombinieren. Käse. Und rein damit. Das war richtig gut. Oh mein Gott. Ess. Und wie wir drüber waren. Zähigkeit 1. Gäste aus 2 freigeschaltet. Geschwindigkeit 1. Goldene Brechstange. Jetzt geht es richtig los. Auto heilen. 14.55. 14.55. Das heißt man da 5 Sekunden brauchen. Ich bin zufrieden. Dass ich es schaffe. Dann bleiben noch Gäste aus 2. Versuchsgelände 2. Haupthaus 2. Und dann haben wir es eigentlich. Also 3 Karten noch. 3 haben wir jetzt gemacht. Ich würde sagen. Das ist ganz gut fürs nächste Mal dann. Dann würde ich jetzt hier erstmal. die Party schließen. Und ja. Dann machen wir in der nächsten Aufnahme weiter. Also. Bis dahin. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. and ledge setter. She doesn't want to break the process to sit steady. Believe the Mario consoles in in the dark hole. There is some Cocaine des services. I was raised in a deep, dark hole. Everybody is dead. But nobody is dead. I got it. He got it. And the musicija � teammates with Diabetes struggle. It is very much to say it's kind of investigation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017